Es geht weiter in der Reihe zur Bemalung des Piloten des Iguana-Tags für Infinity the Game. Dieses Mal geht es darum, das Schwarz anzumalen. Da habt ihr von mir schon einige Möglichkeiten kennengelernt. Jetzt kommt noch eine weitere hinzu, denn Schwarzmalerei ist manchmal ganz schön schwierig. So, hier ist die Figur. Wir sehen, die Schritte der letzten Male sind so weit, wie wir halt gekommen sind. Und wir wollen jetzt, wie gerade gesagt, das Schwarz malen. Alles, was wir jetzt hier grau haben, wird schwarz. Ich hatte ja vorher schon einige Maltechniken gezeigt, wie ich im Endeffekt das Schwarz male. Diesmal mache ich das im Endeffekt andersherum, und zwar so, wie ich die restlichen Teile der Figur bemalet habe, mit Lasuren. Und deswegen ist die Grundfarbe für mich grau und ich brauche tatsächlich nur eine einzige weitere Farbe. Als Grundfarbe habe ich hier aus meinem Farbarchiv eine alte Zitadellfarbe gefunden. Das ist Adeptos Battle Grey. Das hat sich jetzt also auch komplett mit der Farbe erledigt, weil die jetzt komplett aufgebraucht ist nach einigen Jahren. Dementsprechend versucht, ein dunkles Grau zu nehmen. Wenn ich eins gefunden habe, was dazu passt oder was eine ähnliche Farbkraft hat, gebe ich euch Bescheid. Und wir brauchen als zweite Farbe ein schwarzes Wash. Da habe ich ganz normal das von Citadel, dieses Nulleneul, genommen, weil ich das auch gerade da hatte. Ja, und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Wer von euch vor einiger Zeit das Live-Man gesehen hat, hat auch dort beobachten können, wie ich im Endeffekt den großen Iguana, den eigentlichen Tech, also den großen Roboter, bemalt habe. Und da habe ich tatsächlich exakt das gemacht, was ich jetzt gemacht habe. Und zwar habe ich das Grau abschattiert zu schwarzen. Der Schritt ist erstmal einfach. Wir machen erst einmal aus unserem Schwarz eine Lasur. Das haben wir die letzten Male oft genug gemacht. Da ist dann jetzt auch gar nicht so viel nötig, weil die Farbe an sich ja schon sehr, sehr flüssig ist. Und wir tragen ebenfalls, wie beim Weiß und beim Rot, die Lasuren in verschiedenen Schichten auf. Im Gegensatz zu den anderen Schichten brauche ich hier gar keine andere Farbe, die ich irgendwie mit reinmische. Ich nehme tatsächlich nur Schwarz. Allerdings muss man natürlich gucken, dass man das nicht zu stark reinsetzt. Jetzt malen wir natürlich nicht einfach nur Schwarz drauf, sondern ich versuche, so wie ich es bei den roten Teilen gemacht habe, hier eine Farbabstufung zu machen, gerade bei den runden Elementen. Hier sind ja viele runde Elemente, so wie hier. Dass wir so einen leichten Glossy-Effekt bekommen, auch wenn der nicht so stark sein soll, wie es jetzt beim Rot ist. Nehmen wir zum Beispiel diesen Brustpanzer hier. Der soll recht dunkel wirken. Und wir stellen uns vor, das Licht kommt von hier oben und prallt hier rauf. So, das ganze Ding soll nicht grau sein, sondern natürlich schwarz und ein bisschen erhellt sein. Das heißt, wir überlegen uns, dass diese runde Kante hier als Grundfarbe grau bleibt. Nach hier hinten wird das dunkler und nach unten wird das dann dunkler. Ja, und so machen wir das einfach mal. Jetzt gucken wir mal. Das könnte fast schon ein bisschen stark sein. Ne, das ist okay. Und verdunkeln im Endeffekt das Grau mit der Lasur. Wenn ihr jetzt reinschaut und euch fragt, wie mache ich denn aus dem schwarzen Worschen Lasur, dann schaut euch mal das folgende Video an, das jetzt schon eingeblendet wird. Das zeigt euch nämlich, wie das funktioniert. So, auch ein paar Mal gemacht. So, das war es im Endeffekt schon. Jetzt müssen wir warten, bis das getrocknet ist. Und dann setzen wir eine weitere Schicht von dem schwarzen. Ohne es nochmal zu verdünnen oder ohne es nochmal stärker zu machen, machen wir die gleiche Farbschicht nochmal. Versuchen aber, hier haben wir jetzt die Kante gesetzt, da wo es noch glänzt, da ist die Kante. Versuchen aber ein kleines bisschen tiefer dann zu malen, so dass wir einen schönen Farbverlauf bekommen. Das ist im Endeffekt genau das gleiche, was wir die anderen Male gemacht haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier diese Elemente haben, versuchen wir auch so zu gucken, als ob das Licht direkt drauf kommt. Vielleicht ein bisschen von oben schimmernd, auch wie schon bei den restlichen glossy roten Elementen, bin ich der Meinung, naja, es muss nicht allzu realistisch sein, damit es gut wirkt. Da mögen andere anderer Meinungen sein, ich bin das nicht so. Und jetzt gehen wir zum Beispiel davon aus, dass das Licht hier von oben kommt. Das heißt, hier, dieses Element fangen wir hier an, weil das ganz einfach ist, weil das ein bisschen tiefer ist, als das darüberregende Element, malen wir erstmal direkt am Übergang hier dunkel an. Und je weiter es nach unten geht, desto heller lassen wir es. Das heißt, ganz unten lassen wir es in der ursprünglichen Farbe. Seht ihr schon, was sich da für einen Verlauf entwickelt? So, und das Gleiche machen wir hier auch bei diesem unteren Element. Das Licht kommt von oben, das heißt, wir lassen die obere Hälfte, lassen wir in der Ursprungsfarbe. Und unten wird es dunkel. Jetzt fragt euch, hä? Hier ist es doch genau umgekehrt gemacht. Richtig, dieses Element liegt tiefer als die oberen. Und das hier guckt hervor. Das heißt, wenn das Licht von oben kommt, müsst ihr euch vorstellen, was hervorsticht, wird von oben angeleuchtet. Was tiefer liegt, kriegt von oben den Schatten ab und wird nach unten hin heller. So, das ist das Ergebnis nach der zweiten Mahlschicht. Und ihr seht schon, dass das in die richtige Richtung geht. Hier oben ist es vielleicht ein bisschen dunkel geworden, aber ihr seht schon, was ich damit ausdrücken will. Es kommt langsam ein bisschen tiefe Plastizität hinzu. Bei diesem Waffengurt oder beziehungsweise bei dem Munitionsgurt, ganz ehrlich, da habe ich komplett einfach rübergewasht. Da habe ich nicht unbedingt darauf geachtet, von wo das kommt, weil das soll auch irgendwann fertig werden. Das war mir dann zu kleinteilig. Das habe ich also komplett gewasht. Beim Kopf, das kann man jetzt, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt richtig sehen kann, ihr seht, dass der Kopf zu den Seiten hin dunkel wird. Da habe ich tatsächlich das Wash, beziehungsweise die Lasur, habe ich wirklich nur an den Rand gesetzt, hier jeweils ran und habe versucht, die Mitte vom Kopf, also hier, freizulassen. Und das werde ich mit den nächsten Schritten definitiv verstärken, diesen Effekt. So, zwei Schichten haben wir jetzt drauf und ich würde sagen, ein bis zwei Schichten sollten wir noch machen. Das mache ich jetzt einfach und dann kommen wir zum nächsten Schritt, weil ihr wisst ja, wie das funktioniert. Okay, das ist dann jetzt das Ergebnis, das wir haben. Und ihr seht schon, ja, ordentlich abgedunkelt. Das glänzt auch ein bisschen, das liegt halt am Wash, aber das fällt so an der Figur tatsächlich weniger auf als in der Kamera. Ja, und theoretisch können wir das schon so lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich noch dunkler machen. Ich würde es jetzt hierbei belassen, weil ich den Kontrast eigentlich ganz schön finde. Apropos Kontrast, eine Sache würde ich noch machen. Ich würde das ursprüngliche Grau nochmal nehmen. Ich habe noch ein bisschen was zusammengekratzt und würde nochmal einige Spitzen damit nachakzentuieren, damit wir den Kontrast ein bisschen stärker setzen können. Also das heißt, da wo es hell ist, weil wir haben ja das meiste, haben wir ja nun bemalt mit dem Wash beziehungsweise mit der Lasur und dementsprechend sind alle Flächen ein bisschen abgedunkelt. So, und so einige harte Kanten kann man jetzt einfach nochmal nachziehen. Die Kantenakzente, wie das so einigermaßen läuft, könnt ihr auch hier unten euch nochmal anschauen. Hatte ich auch schon mal. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen drauf achten, jetzt dass man nicht zu viel übermalt. Also da müsst ihr gucken, wie viele Akzente ihr jetzt setzen wollt. Und zwar immer dort in die hellen Stellen, die ihr sowieso schon heller habt. Und das machen wir im Endeffekt auch bei der ganzen Figur. Da müsst ihr auch keine andere Farbe irgendwie euch mischen oder so. Da nehmen wir echt das ursprüngliche Grau, was die Grundfarbe war. Und wichtig ist für den Effekt, ich würde es tatsächlich nur bei harten Kanten einsetzen. Das heißt, bei solchen runden Kanten, so wie hier, würde ich das gar nicht machen. Wirklich nur bei harten Kanten. Okay, das ist also die fertige Figur, beziehungsweise das Schwarze fertig. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen übergemalt. Das passiert, wenn man eine Figur bemalt, öfter mal, dass man irgendwo übermalt. Ist aber nicht so schlimm, das kann man immer nochmal ausbessern. Also hier müssten wir dann im Endeffekt zurück zum Rot zurückgehen und das ein bisschen ausbessern. Aber ich weiß ja, dass noch ein, zwei andere Schritte kommen. Und dementsprechend lasse ich das jetzt hier auch. Wenn ihr euch jetzt denkt, bei dem Rot hier so, ja, irgendwie ist das jetzt noch nicht alles so griffig. Keine Sorge, denn nächste Woche geht es weiter mit der Figur. Nicht nur, dass ich die kleinen Details machen werde. Nein, ich werde auch ein paar Ausbesserungen machen, beziehungsweise werde ich gucken, dass ich alle Elemente stärker voneinander trenne. Das wird dann nämlich noch soweit sein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich die Kantenakzente, die ich gesetzt habe, noch ein bisschen stärker setzen. Ich fand das jetzt in dieser Hinsicht eigentlich subtil sehr schön, weil das im Endeffekt zur restlichen Figur passt. Ja, und ich möchte sowieso auch den Fokus stärker auf das Rot legen. So, das ist zumindest auch eine Möglichkeit, wie man schwarz machen kann. Eine von vielen. Ich persönlich finde, dass die sehr entspannt ist, weil man im Endeffekt die Farbe dunkler macht, anstatt heller. Das erleichtert das alles ein klein bisschen. Ja, und es sieht dadurch einigermaßen glatt aus. Wenn ihr natürlich selbst noch andere Möglichkeiten habt, schwarz zu malen, schickt mir gerne Bilder von euren schwarz gemalten Figuren oder Elementen mit einer Anleitung dazu. Ich würde mich darüber freuen. Vielen Dank. Vielen Dank.